Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, was war das? Jessica? Hey, wo bin ich? Scheiße, ist das eine Toilette? Das ist nicht witzig. Fuck, bin ich in der Mädchentoilette? Schöne Vertrauensübung. Spendensammlung! Spendel! 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 Ah! Geh mal weg von mir! Was passiert, dass du so behindert ausrastest? Da waren die Spinne! Eine Spinne, dann nimm die die Pampers! Oh, Lukas, nimm die die Pampers und geh! Jetzt kommen wir zum ernsten Teil. Die Zeugnisse werden heute ausgegeben. Nein! Ach, ein paar können sich schon freuen, keine Angst. So, hier Jessica. Das ist für Lara. Hier ist dein Zeugnis. Sehr gut, wieder die beste Antonia. Hier ist noch dein Zeugnis, Lukas. Nächstes Jahr musst du dich ein bisschen mehr anstrengen, damit du wieder versetzt wirst. Heute Abend, ihr seid bestimmt alle schon ganz aufgeregt, gibt es ja die Übernachtungsparty. Nur noch mal ganz kurz zur Änderung, die Schlafsäcke bitte alle nicht vergessen, okay? Weil wir werden ja übernachten. Du's! Oh, 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 oh! Ich hab' ein Zeugnis von Lukas! Ich spro! Religion, ne vier, Deutsch, ne fünf, Englisch, ne vier, Sozialkunde, ne vier, Sport, ne vier, Französisch, ne vier, Mathematik, ne vier, Bio, ne vier und Chemie! Mein Zeugnis ist besser als dein. Von Plastow zu Elin, nobody's bad and uncle will you drink that? Vielen Dank, wir brauchen Hunger. Das macht die Jessie, ich bin gleich fertig. Geht doch ohne mich, ich hab keine Angst vorm Dunkeln. Wie du willst. Tschüss. Guckt, weil die Jungs schlafen schon. Was für Weicheier. Jessica hat doch mal wieder eine auf cool. Ja genau. Sie ist nicht cool. Gute Nacht. Na? Gute Nacht. Oh nein. Vicky. Was? Auf, ich hab einen Schreien gehört. Das war nur in deinem Traum. Geh schlafen. Nein, ich kann nicht schlafen. Ja, dann geh doch gucken und nicht mich aufwenden. Aber ich werde noch alles mir überlassen. Ja, ganz toll. Jessie? Jessie? Jessica? Mal los. Jessica? Bist du das? Und was? Jessica? Mal los. Bist du das? Und was? Ah! Ah! Puh! Äh, wo bin ich? Hä? Hä? Mein Zeugnis? Das kann doch gar nicht sein. Wie kommt das denn hierher? Religion ne vier, Deutsch ne fünf. Okay, eigentlich ne eins. Aber Sozialverhalten ne sechs. Hä? Das geht doch gar nicht. Das ist nicht mein Zeugnis. Das ist ein Altraum. Hallo? 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 Wer ist da? Aufmachen! Das ist nicht lustig! Lass mich raus! Hallo? Mach auf! Ey, nee, oder? Oh, scheiße. Ich bin eingeflascht. Mist, Kerl! Was war das Leben von euch? Also schreit mir. Ich geh doch auf. Mach auf. Hast du das gehört? Wo ist Antonia? Was ist los? Du Angsthase! Du bist so ein Opfer! Wenn du dich so krass fühlst, dann kannst du doch einfach Antonia suchen gehen. Geh jetzt, du fühlst dich riesig. Das ist so, wenn ich mich spiele. Geh! Los! Okay. Du hast ja keine Ahnung. Geh sie suchen. Alter, bin ich hier? Oh, Alter. Lass mich raus! Hilfe! Oh mein Gott. Ah! Ah! Lass mich raus! Hilfe! Leute, wir können doch jetzt nicht einfach hier so harmlos rumsitzen. Wir müssen uns dagegen unternehmen. Uuuhh! Ich hab keinen Bock, ich will schlafen. Wir müssen uns in Gruppen aufteilen. Nein, wir müssen zusammenbleiben. Lass uns jetzt endlich losgehen. Nee, ich hab keine Lust. Die werden schon wiederkommen. Leute, wir gehen jetzt suchen. Ah, na gut. Ey, Leute, wartet doch nicht. Ist das Antonias Armband? Ja! Komm, geh wieder. Komm mit! Jesse! Ist das nicht Jessi, Sandy? Das ist Jessi, aber wer ist da? Was passiert? Was passiert? Das war der Clown. Er hat euch eingesperrt. Alter. Ist du okay? Ich bin auch der Sichter. Adi? Oh mein Gott, Adi. Was ist denn hier? Okay, die Tour ist verschlossen. Das war der Klaue, das war der böse Joker. Joker? Was ist denn Joker? Beruhig dich, beruhig dich, Mann. Beruhig dich, Mann. Komm runter, wir haben dich. Wir gehen jetzt. Hey, Leute. Oh mein Gott. Du hast doch nur eine Attrappe. Warum habt ihr Angst? Aber, aber was ich nicht verstehe, wer stellt so eine Attrappe hier im Keller? Das mag ich. Such mir Warte. Los. Du alter Schwede. Was war das denn? Was ist denn? Es ist ja echt dunkel. Genau. Es ist nirgendwo. Was ist denn das? Auf, auf. Oh, Schlüssel. Wer ist da? Antonia! Wie hieß das? Da waren Schatten und da waren Zweckes und ich war eingeschmert und dann wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Antonia! Gut, dass wir dich gefunden haben. Leute, nehmt eure Sachen bloß weg hier. Leute, wo ist eigentlich Lukas? Oh! Was ist das? 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 Also. Was ist das? Was ist das?